ja aber hat er uns jetzt nicht mitgekriegt wenn er gar nicht auf dumme gedanken kommt ich habe den gar nicht erst gesehen den jochen wahrscheinlich ein zwei schüsse riskiert oder abbekommen bevor ich hätte behandeln können ja schön wie die mit was wir haben wir gar nicht gebraucht wie die schock irgendwie so eine art was für so komische ok 8 2 so jetzt wie geht es weiter ja deshalb wollte ich jetzt nicht habe aber cool aber neues messer ja das ist gut das nehmen wir mit oder was wir brauchen rüstung das wäre nicht schlecht alles klar da ist rüstung und munition auch für ok messer alles klar da sind wir hoch da sind wir hier runter hier ist noch von einer jang lang gehoppelt schiefelt die frage nächste frage wo ist denn das ging ja relativ fix alles klar mache ich sofort guter schuss in der dame ihres alters wow Schau! Verlauf doch die Dinger! Äh, schweb, äh! Scheiße! Ach, das ist nur ein komischer Raum hier. Was haben wir da? Wolfenstein! Aber abgebildet haben wir da so einen schönen Hund. Werden Sie Mondsoldat! Okay, Mondsoldat! Was zum Geier? Kommt da... Haben die angefangen für den Mond irgendwie was zu machen oder so? Ja, das kommt mal nicht dran! Merkwürdig! So! Dann haben wir jetzt voll! Scheißegal! Verliebt zwei, drei Schuss da! Okay, haben wir gerade Auge gekratzt. Können wir damit fahren? Nein, auch nicht. Was war das? Kann man auf die Dose schießen? Ich schieße auch noch vorbei. Okay. Lassen wir das versuchen. Okay, können wir nicht nehmen. Ah! 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 Nein! ila! belt olan doch gar nicht brühe doch nicht so rum wir sind doch nicht taub ja irgendwo muss es doch sein und da muss man wieder voll kein zugriff auf diese dose da können wir also ab was haben wir hier ok moment so dann machen wir das doch so ja ja ok wir gehen wir mal hier runter mal gucken wo wir da hinkommen ja kommt das kommt kopfschuss ist nicht möglich du bleib stehen aber stirb du elende drecksau ja 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 wäre glaube ich nicht verkehrt besser warum auch immer ich weiß nicht wie man besser wirft alles klar jetzt weiß ich wie das funktioniert mit dem maus rad direkt ins knie geworfen wie scheiße scheiße los verdammt wirst du es eigentlich gewesen? ach da ist immer noch einer ja ja du hast ihn gespürt hast du ihn sollten hier noch ins maul stecken alles roger in kambodscha alles cool in kabul alter dein ernst besser damit erreicht haben wir nach oben du kleider gelektet wirst du aus dem hinterhalt ich breche ab hier böser böser junge unartig du warst so was auch mit dem abzug grannaden stark volle kanal und granaten stark wer hat es letzte gesehen bin und z zurück der reise durch den stein jawohl man kennt sie schöne filme tolle filme geile filme schon mal zum schießen zum lachen doch alles klar volle pulle ich bin jawohl dann nehmen wir noch mit weil ich würde mich aber erst noch mal hier unten umschauen glaubt das kann ich jetzt nicht mehr doch kann aber auch noch nicht komplett durchgelaufen bin ja vorher erst mal hoch gegangen ist okay 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 so liebe ich das So liebe ich das. Okay. Was haben wir hier? Paris, frei von unwünschten Personen. Laut Gerüchten hat die Geheimpolizei in Paris eine neue Kampagne gestartet. Unsere Quellen berichten, dass die Polizei versucht, die Stadt von, wie sie es nennt, unerwünschten Personen zu befreien. Obusexuelle Menschen mit fremden Aussehen, geistig Behinderte, um nur einige auf der langen Liste zu nennen. Männer, Frauen und Kinder werden aus ihren Wohnungen geholt, um sie danach verschwinden zu lassen. Vor diesem Wahnsinnigen ist niemand sicher, sagte uns ein anonymer Bürger, der einer Razzia des Regimes entkommen konnte. Fürchten Sie, solange die Gelegenheit haben. Das Text war zwar nicht ganz so wie der, aber den brauchen wir nicht.